Warte, mach ich mal weiter. Ich glaube, ich sollte in dieser Mission schon stärker sein eigentlich. Weil ich ja kaum Nebenmissionen mache, eigentlich gar keine. Ich hab auch das Gefühl, ich hab ihnen gegen die Zeit da sowas. Ah, ich kann doch eine Schnellreise drauf machen. Juhu! Ich hab was zu trinken dabei. Ich trinke viel zu wenig. Vor allem noch ein Aspirin reingepfiffen. So, holen wir mal. Wo sind die denn alle? Mist, ich glaub, wir sind auf der anderen Seite der Helios. Mist, Mist. Die Schnellreisestation hat uns anscheinend getrennt. Das ändert aber nichts am Plan. Dies zur Kommandozentrale des Auges der Helios, deaktivieren den Laser, ohne ihn zu beschädigen, retten den Mond und wir befinden was. Hey, finde ich das gut? Ach, finde ich, finde ich das gut. Das ist doch dann schon die letzte Mission, oder? Was zum Teufel soll das alles? Ich habe sie gefeuert. Sie werden mir danken, sobald die Helios wieder in Hyperions Händen ist. Unterdrückungsfeuer! Und was standen sie mit der Stadion angestellt? Die Stadion scheint im Großen und Ganzen noch heil zu sein. Und du? Alles okay bei dir? Verstehe die Frage nicht. Begebe mich an Zielort. Später, noch später. Dann können wir weiterreden. Komm hier aus, kann's weitergehen! So. Das war... Ja. Ah, wie schnell man hier down geht. Aber ich kriege mir die Waffe, die ich habe. Ja. Ich sollte mal die anderen ausprobieren. Was haben wir denn hier? Raketenmerfer, den kennen wir doch schon. Ich bin bereit für dich! Ähm. Ist das dein Ernst?! Ey, zeig doch doch! Ach komm, dann geh ich doch eh gleich sterben. Komm. Alter, wie feige! Ich hasse sowas. Ich bin bereit für dich. Ich bin bereit für dich. Scheibe. tuig. Du wirst dir das nicht so schnell aufs спасen. 然後 wir vor dir die Tonnen. Entsammeln? Ja. Ich bin bereit für dich. Ich bin bereit für dich. Es sch Nonst. Ich bin bereit für dich, Ich bin bereit für dich, dass du dich da verbrennt. Ich bin bereit für dich. Wenn du dich testst, 你 findest du dich. Wie es ist, ich bin bereit für dich. Ich bin bereit für dich. von Borderlands dann wird es doch mal Zeit die Spiele sind geil ich muss sagen ich besitze das Spiel auch schon ziemlich lange auf der PS3 besitze ich es ja auch also den zweiten Teil ich habe den auf der PS3 nicht ein einziges Mal richtig gespielt oh Gott und das ist der Grund wahrscheinlich weil es alleine einfach irgendwie ätzend ist aber da ich keine Freunde haben die mit mir keine Freunde haben die mit mir so wirklich spielen ja muss ich es doch alleine in Angriff nehmen und alter wie schnell ich schon wieder und die sind so feige ja komm komm her komm her sei nicht feige und stell dich mir ich will nicht sterben nicht schon wieder das ist ja schwierig au ach so warum besitzt du die dann alter alter das ist doch sch- ach komm das ist doch beschiss nie ernsthaft jetzt tun wir mal ich komme ein bisschen nach vorne so das ist doch Was ist das? Ich kann ja wieder zum Raketenwerfer wechseln, wenn ich ihn brauche. Ich will mal die Rotflinte ausprobieren. Ich finde ja, Destiny hätte so sein sollen von der Munition her, wie hier Borderlands. Dass jeder Waffentyp eigene Munition hat. Uh, nice. Weil es ist manchmal richtig stressig, die Waffen zu wechseln und dann, oh, keine Munition mehr dafür. War ich das etwa? Ah! Nein! Wo ist noch einer? Da! Danke! Ja, brenne! Ach, dir sind uns nicht mehr die Pisser! Stimmt ja! Guck mal was! Oh Gott! Komm! Die kommen nicht einen Schritt weiter! Ah! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nach schon vorbei ist, weil, äh, Maximallevel... Oder ist das Maximallevel im Pre-Sequel 30? Dann könnte ich es verstehen. Aber... Maximallevel ist meiner normalerweise immer 50 und dann wird man schon mal Level 30 und so. Und dann beendet man meistens das Spiel. Sapper, doch! Ja, sie hat dich gesperrt. Wir kommen jetzt das Auge der Helios heran. Aber wir haben das Stößignal doch abgeschaltet. Ich bin tot. Komm wieder in mein Büro. Vielleicht können wir die Systeme von dort deaktivieren. Da, nicht. Da, sind diese Tossi. Sie sind in der Helios. Feuer identifizieren. Oh, verdammt. Sie fokussiert den Laser. Ah, das Büro. Hier... Führen wir Handsome Jack noch zur Führungsposition. Ah, vielleicht kannst du dich für einen Club-Trap autorisieren lassen. Es müsste einer in der Nähe sein. Und, äh, im Voraus schon. Sorry. Alter... Deine Sicherheitsmaßnahmen hier... Ich baue einen Bunker für den Marzellenkrieg. Dort gibt es Alkohol und Feuer. Hallo? Ich bin ein CLVP. Ich muss in Jacks Büro. Okay. Ich gehe voraus. Yay, Club-Trap! Aber das ist nicht der aus Zelt 2, oder? Das wäre irgendwie, äh... Cool. Aber es gibt ja... Aber es gibt ja mehrere von diesen. Hm, die Tür ist verregelt. Mit einer Steuereinheit in der Nähe kriege ich sie aber ganz leid auf. Oh, ist dein Ernst? Das war nicht die richtige Tür. Das war fix. Ich muss wohl noch mal anfangen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Es ist nicht... Ich bin nicht ganz... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Es ist nicht ein Schild verloren. Es ist mir egal. Ich hole zu einem weiteren Sicherungsgarten. Folgen wir! Mhm. Ganz bestimmt. Ich glaube, ich hab's. Benutzt mal jemand den Scanner, bitte? Willst du mich verarschen? Oh, verdammt. Ach, das ist nicht so. Ah! Meine Rolle, meine Freude, das ist zu. Ah! Ihr seid vernisst, übe die Sterbe für meine Kameraden! Ich seh dich nicht. Wir schauen! Jetzt hab ich's vermutlich! Ihr Wort wird verweigert. Scans Activity? Subjekt ist ein rassistischer Hotdog. Was? Das ist ein Eiermarsch! Ihr muss regnen! Aus die Körner! Was? Ich bin mir sicher, der Rassisten hat er flinkende Klappen. Deshalb probieren wir es nochmal! Nein! Ich bin voll der Rass! Ich bin voll der Rass! Was ein rassistischer Hotdog? Willst du mich verarschen? Ja! Nein! Ich bin nicht alleine, du rutschst die Kameraden von dir, Herr Rumpel! Ich bin nicht bei lebendigem Leid! Ah! Was ist denn Schild los ohne Schild? Genau! Ich bin der Mann, der Rumpel! Ich bin der Mann, der Rumpel! Ich bin nicht bei Abgeordneten der Rumpel! Nein! 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 Oh je, ich weiß nicht so recht, Verbindungen können gefährlich sein. Mach's oder ich töte dich. Okay. Verlierung wird hergestellt. Ich scherbe. Ja, schönen Tod noch. Es ist doch echt. Du hast es ins Büro geschafft? Wunderbar. Sei so gut und schalt die Schnellreisestation dort ein, ja? Jo. Mach ich. Kommst du dann hierher? Warte. Kommt, stimmt. Ja. Wut? Wut? Verbinde du schon mal den Claptrap, den du gefunden hast mit dem Sicherheits-Terminal. Er kann die Verteidigungsanlagen deaktivieren, die den Laser im Auge der Helios sichern. Der Claptrap ist tot. Ist das ein Witz? Ich schwöre bei Gott, wenn ich je Generaldirektor werde, stampfe ich jedes einzelne von den Dingern ein. Gut. Jetzt können wir die Helios-Verteidigung nicht deaktivieren. Oh, lass mich nachdenken, lass mich nachdenken. Der wird uns am Ende bestimmt verraten oder so, weil es ist Handsome Jack und ja... Ich geh hier den normalen Weg. Ich geh hier den normalen Weg. Ich geh hier den normalen Weg. 0-9 Komm schon Ja Oh nein Nein, 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 nein Ich bin tot Nein, ich lebe noch Was? Wo kommt der Sergeant her? Oh nein, hier muss ich weg Nein, hier muss ich weg Und mein Name ist Sabedon, Tanstina Sabedon. Tanstina Sabedon, du warst bestimmt super beliebt in der Schule. Mein Gott war ein Elternausschlöcher. Ähm, ähm, was ist passiert? Hä? Ich bin nicht gestorben! Spiel! Hä? Na jetzt sterb ich. Nein, ich hab' den nicht getötet! Ernsthaft? Ja, cool. Das ist RIP. Ernsthaft? Ich hab' den getötet! Ich hätte wieder leben müssen! Wo ist Backbett? Spiel dir jetzt, Sucho! Pony aus Diamanten? Ernsthaft? Pony aus Diamanten? Hallo? Dachtest du, du konntest dich anschleichen? Ich hab' ein Radar, wo ich dich seh', mein Freund! Ich hab' den Gewinner geschlagen! Hier ist Ende geletzt! Wenn du in die Kammer reinkommst, dann war's das! Was? Lieblings-Type? Oh Gott! Alter! Ja toll! So jetzt aber! Ist das ein Panzer? Oder wo kam der jetzt raus? Ne, das ist kein Panzer. Ich hole dich da! Zufallstreffer? Ich hab voll auf deinen Kopf gezielt! Oh, nice! Research and development! Okay. 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 Okay.